Am Anfang Dunkelheit. Gut, so dramatisch ist wissenschaftliche Erkenntnis natürlich üblicherweise nicht. Aber sie kann ziemlich anstrengend sein und natürlich auch sehr kompliziert. Es geht um die großen Fragen unserer Zeit. Und wir versuchen euch zu zeigen, wie spannend Wissenschaft in Berlin ist. Dafür haben wir die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Berlin geholt. Damit die sich für euch den Kopf zerbrechen. Wer wir sind? Die Berlin University Alliance. Das gemeinsame Projekt von Freier Universität, Humboldt Universität, Technische Universität und Charité in Berlin. Die Bibliothek schließt in fünf Minuten. Okay, also war es das hier. Aber ihr wisst, die beste Wissenschaft aus Berlin gibt es jeden Mittwoch hier auf diesem Kanal. Hoffentlich sind fünf Minuten. Das ist die Art Stream für Hessen. Weiter zusammenilla ich mich. Ich gehe fest, wenn ich gegeben. Die Bibliothek höre mich einst. Wie schnell stehe, teigere dich. capitère, komm!